Der Sieger In der Reihe, kategorisch, Pirates! Danke! Jawohl! 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 Pirates! Pirates! Danke, wir waren sehr herzlich. Guten Abend! Ja, wenn ich euch blau anschaue, dann habe ich auch Lust zum Matrosen. Vielleicht den nächsten. Wer kommt ihr? Der Prede und der Andy. Wir sind ja schon mal nominiert. Oh ja, der hat schnell den Award gegeben. Applaus für Pirates! Jawohl! Wir sind ja schon mal nominiert im letzten Jahr. Ja, der hat jetzt noch auf den zweiten Platz gelangt für Pirates Zivil im Zürich Oberland. Was macht ihr in St. Margrethe besser? Ja, wir haben natürlich die ganze Fahrung eingebracht, zu wissen, wie wir in einem Club bzw. dieses Restaurant auch besser machen können. Ich würde sagen, es ist uns sicher gelungen. Es sieht nämlich schön aus, wir haben einen Preis gelungen. Und ihr seid ja alle immer so verkleidet bei eurem Betrieb. Was bietet ihr da sonst noch an? Ja, wie gesagt, Pirates ist natürlich nicht nur das Restaurant. Wir gehen auf unsere Homepage, die ganze Welt. Wir haben einen Bikers-and-Friends, wir haben einen eigenen Gar. Wir gehen an Schalke-Spielen, wir gehen auf verschiedene Street-Breads. Wir haben einen grossen Wagen. Wir haben eine Stretch-Limassine. Wir gehen hier in. Broooo! Whoaa! Wir gehen hier in Piraten? Wir gehen hier in. Für die Zivilgesäuze